Ich spielte sie in den Wagen. Willst du mich provozieren? Ja. Ja? Ja. Konzentrieren. Magst du Schokopops? Ja. Habe ich aber leider nicht da. Ich kann nicht kochen. Doch. Der ist hier gebrannt. Versprech mir, dass du heute keine Spiegeleier machst. Hallo, versprech's. Ich kann mich nie um sie kümmern. Ich kann mit Kindern nicht umgehen. Ich war heute übrigens bei einem Arztpapa und der würde dich gerne untersuchen. Wieso? Weil... Weil ich ein Idiot bin. Ich kann mich nicht mehr überziehen. Nur für eine Weile, bis es wieder bergauf geht. Vergiss es. Wenn ihr beide zusammen... Cut dich! Was soll das denn sein? Zwei Ohrküken. Zwei Ohrküken? Zwei Ohrküken. Zwei Ohrküken. Zwei Ohrküken. 2016 ?